Corona ist ja ein starkes, brisantes Thema, das uns schon längere Zeit in Atem hält. Mich würde die Frage interessieren, wie viel Prozent glaubst du der Murtalerinnen und Murtaler würde sich impfen lassen? 50 Prozent circa. Also bist du der Meinung, dass sich sehr viele impfen lassen, bist du auch für die Impfung? Nein, auf gar keinen Fall. Wieso nicht? Weil das viel länger braucht eine Impfung so, dass das halt eine gescheite Impfung und so wird und das war komplett einfach so schnell, schnell und irgendwas, da weiß keiner und es sind Nebenwirkungen schon gekommen und so und man weiß ja nicht, was da passieren kann und da ist halt lange Zeit. Was glauben Sie, wie viel Prozent der Murtalerinnen und Murtaler werden sich impfen lassen? Ich schätze die Hälfte, also 50 Prozent. Würden Sie sich persönlich impfen lassen? Ich bin ein Risikopatient. Und vor der Impfung selbst haben Sie aber keine Angst? Nein, ich habe mich genug informiert, also überhaupt keine Angst. Wie viel Prozent der Murtalerinnen und Murtaler glauben Sie, werden sich impfen lassen? 50 Prozent. Würden Sie sich persönlich impfen lassen? Ist eine Überlegung wert, weil ich bin jetzt auch in so einem Alter, also da hätte ich mich schon gerne impfen lassen, aber zum Überlegen. Zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt im Frühjahr noch oder wollen Sie sich erst später impfen lassen? Später, später. Später, später.